Bürgermeister Thomas Delling hat am Mittwoch dem Sportclub Hoyerswerda eine Spende in Höhe von 1.895 Euro übergeben. Das Geld bekam er anstelle von Geschenken zu seinem 60. Geburtstag Anfang des Jahres. Er hat die Gäste darum gebeten. Zu Gute kommt die Finanzspritze der Krabbelgruppe des SCs. Man will davon für die Steppkes Spielgeräte kaufen.